Hallo liebe Hobbybäckerinnen, hallo liebe Hobbybäcker und hallo liebe Jury. Hallo. Ja, bis zum Finale ist es noch ein weiter Weg, auch für dich Katharina, du bist ja unsere Bäckerin der Woche. Der Weg ist bei uns nicht mit Steinen geflastert, sondern mit Kuchenkrümeln. Hier wird gekleckert und geklotzt, denn schon in drei Wochen küren wir ja hier Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands besten Hobbybäcker 2023. Zum Titel gibt es noch den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Ja, aufgeben gibt es nicht, aber Aufgaben gibt es schon und wir starten jetzt sofort mit der ersten, die da lautet Swill Cake, also herumwirbelnder Kuchen. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Die Marmorierung muss auf jeden Fall für uns sofort erkennbar sein. Welche der Komponenten ihr dafür einfärbt, ob jetzt den Teig, die Creme oder das Topping, das bleibt euch überlassen. Und seid bitte kreativer als nur ein klassischer Marmorkuchen. Für diese Aufgabe habt ihr nur zwei Stunden Zeit, da kann einem schon ein bisschen schwindelig werden. Und die starten auch schon auf mein Kommando. Auf die Plätzchen, fertig, fang! Wie die Wirbelwinde wuseln die Kandidatinnen und Kandidaten los. Kuchen mit Wirbelmuster, da kann man schon mal ins Trudeln geraten. Wie heißt die Aufgabe nochmal genau? Ich spreche mal den Namen der Aufgabe nicht aus, weil es wahrscheinlich falsch sein wird. Swirl, 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 Swirl. Swirl! Ich denke, das heisst so gedreht, aber ich habe Swirl nie übersetzt, von dem her keine Ahnung. Die Aufgabe heißt Swirl Cake. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir überall diesen Wirbel erkennen können. Also klassisch könnte man sagen, Marmorkuchen ist auch ein Swirl Cake. Wir möchten es natürlich ein bisschen kreativer und fantasievoller. Die einzelnen Ansätze sind wieder höchst unterschiedlich. Ich fand die Aufgabe ganz witzig, weil ich schon den schlechtesten Marmorkuchen verkack. Bei mir ist Vanille und Schoko und das Trend, das verbindet sich nie. Also ich kann das einfach nicht. Also es könnte ein bisschen spannend werden. Monikas Erdbeerliebe besteht aus Schokobiskuit, Erdbeerganasch und Stracciatella-Creme. Angeschnittene Erdbeeren sorgen für den besonderen Look, passend zum Erdbeer-Swirl. Katharina backt natürlich wie immer glutenfrei. Es gibt bei mir heute eine Schokoladentart mit einer Karamellsoße drauf. Und nicht Salzkaramellsoße, sondern kommt bei mir heute Miso-Paste rein. Ihre Schokoladentart verfeinert Katharina mit würzigem Miso-Karamell. Für den Swirl sorgt weiße Schokolade und als Crunch gibt es karamellisierte Pekanüsse on top. Erika nimmt sich gerne viel vor. Wie viel ist es heute? Ich habe mich heute für Cheesecake-Halbkugeln entschieden mit Karamell und einem Nektarinen-Kompott-Kern in der Mitte. Und dazu gibt es unten einen Nektarinen-Brownie. Erikas Apfel-Nektarinen-Brownie wird getoppt von Cheesecake-Karamell-Halbkugeln mit Nektarinen-Kompott. Zweifarbiger Mirror Glaze rundet die Komposition ab. Sechs Törtchen statt einer Torte? Ich habe leider immer ein bisschen ein zu strafes Programm, aber so bin ich halt. Mit Wirbeln arbeiten. Für die meisten ist das etwas komplett Neues. Nicht für Friseurmeister Theodor. Ich habe jetzt ganz wenig Lebensmittelfarbe reingemacht. Schwarze Lebensmittelfarbe, damit ich den Teig einfach ein bisschen dunkler kriege. Auch das ein alter Friseurtrick. Wenn mein Teig wird grün, das mag ich und das will ich. Was da ergrünt, erfahren wir gleich. Ich habe eigentlich sogar einen dreifachen Zwirr. Der Käsekuchen ist geschwirrt, die Schokospirale ist auch nochmal mit Drachenfruchtpulver eingefärbt und sie selbst ist ja auch nochmal gedreht. Natürlich ist ja nicht farbig, aber der dreifache Zwirr ist heute. Klingt wie so eine Sportübung, ne? Mit Mini-Cheesecakes möchte sich Sandra in die Herzen der Jury backen. Für einen natürlichen bunten Zwirr im Cheesecake nutzt sie pinkes Drachenfruchtpulver. Jetzt muss ich Gas geben, dass der Käsekuchen gleich möglichst schnell in den Ofen kommt. Und dafür muss ich erstmal den Boden vorbacken. Ich mache heute einen Zebra-Kuchen. Ja, der wird schwarz-weiß sein, deswegen sei viel Schokolade, dass der Boden schön dunkel ist. Mit seinem Zwirr-Cake möchte Theodor jedem Zebra-Konkurrenz machen. Auf einem schwarzen Schokoboden bettet er einen schwarz-weiß gemusterten Cheesecake. So, Thomas, was grünt uns denn bei dir? Ich mache einen Zebra-Kuchen. Also das bedeutet, ich werde meinen Teig in konzentrischen Scheiben ausspritzen. Thomas vermischt Matcha und Kakaobiskuit zu einem ansprechenden Marmorkuchen. Als Topping zweifarbige Schokoglasur und gehackte Pistazien. Ich vermute, mein Konzept einfach ist, also, aber, ja, ich hoffe, dass ich mehr als eine einfache Marmorkuchen backe heute. Das war ja auch die Ansage. Ich mache einen quasi Marmorkuchen, aber Pimting quasi mit gefriergetrockneten Himbeeren. Tom verarbeitet Erdbeeren im Marmorkuchen, in der Kokosmus und als frische Einlage in seiner Kuppeltorte. Rosa Mirror Glaze macht die Torte zum Glanzstück. Erika verteilt ihren Brownie-Teig per Tülle. Theodor verteilt Kakao-Nips. Monika auch. Eigentlich ist das ein ganz normaler Biskuittboden. Und ich habe jetzt nur ein paar so Kakao-Nips, die halt beim Backen nicht schmelzen, mit reingeben, dass man so ein bisschen einen Crunch hat. Die Törtchen-Fraktion backt schon mal ihre Mini-Böden. Tartboden muss man beim ersten Backen beschweren, damit er schön flach bleibt. 15 Minuten muss ich jetzt blind backen, dann kommt sie raus, dann kommt die Schokofüllung drauf und dann nochmal 20 Minuten. Wir wollen ja heute auch eine goldbraune Farbe haben und nicht zu wenig Backzeit. Egal nach welcher Methode man es wird, man muss erreichen, dass die verschiedenen Farben erhalten bleiben und sich kontrastieren. Die verwirbelten Komponenten dürfen sich auf keinen Fall angleichen. Ich versuche jetzt die ersten Drehungen in den Teig zu bekommen. Mal gucken, wie mir das jetzt hier gelingt. Soll ja ein bisschen wirklich, nein, es soll nicht nur ein bisschen, es soll gut sichtbar sein. Auch bei Matcha bitte keinen Matsch. Ein Zebra-Cake, Christian. Gefällt dir, oder? Was denn? Ich mache ein Zebra-Cake. Ja. Kennst du schon? Ja. Das ist nicht, das ist eine Erneuerung von Marmorierung, oder? Ja, so ein bisschen, das ist ein bisschen was anderes. Es hat einen neuen, fancy Namen, ne? Ja. Ich bin wirklich gespannt. Oha, da muss Thomas wohl mit einer perfekten Durchführung punkten. Schöner ist es natürlich, wenn schon das Konzept begeistert. Das Nektarinenpüree gebe ich jetzt in diese kleinen Halbkugeln. Dann gefriere ich die, damit sie hart sind und kann ich die so zusammensetzen. Und dann kommen die in die grossen Halbkugeln. Das Frosten funktioniert nur dank der kleinen Größe so schnell. Monika macht Lust auf konventionelle Geschmäcker. Ich mache jetzt meine Stracciatella-Creme. Sehr klassisch, aber doch immer lecker, oder? Lecker ist die halbe Miete. Die andere Hälfte ist die Optik. Ich bereite jetzt gerade das Mousse vor, was ich dann eine Hälfte mit Erdbeere so ein bisschen, ja, Geschmack reingebe und die andere mit Kokos. Irgendwo riecht es schon nach fertigem Boden. So, und die hole ich jetzt raus. Perfektes Timing ist wichtig, denn die Zeit wirbelt nur so davon. Im Strudel der Gefühle und Geschmäcker wollte ich euch nur mitteilen, es ist Halbzeit, ihr habt nur noch eine Stunde. Ah, Hilfe! Also theoretisch und praktisch sollte es funktionieren, aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, ja? Und den Kuchen erst recht nicht. Theodor und Tomar leisten sich ja ein kleines Zebra-Kuchen-Duell. Welches Savannentier hat wohl gleich die Hufe vorn? Er geht, er wird hier richtig geöffnet. Das bedeutet, dass wenn ich meine Glasur gießen werde, dass wir drinnen gehen und es ist ja nicht schön. Selbstkritik auch bei Tom. Das Moose ist so mittelmäßig, ist ein bisschen grisselig, aber ich kriege das noch irgendwie gerettet. Wirklich? Tom! Mhm. Das ist halt quasi, wenn sich das so trennt voneinander, dann ist die Moose halt quasi, die ist abgeschmiert. Das sieht halt aus wie Milchreis, musst du nochmal neu anfangen. Dankeschön. Während Tom die Farbe aus dem Gesicht entweicht, arbeitet auch Erika bei ihrer Cheesecake-Masse mit einem eher blassen Farbton. Ganz im Gegensatz zu Sandra. Ich färb eigentlich recht häufig so Cremes mit so Fruchtpulvern ein und hab ich einfach mal geguckt, was es außer den typischen Sachen wie Himbeer und Erdbeer noch so gibt. Und dann hab ich das Brachenfruchtpulver gefunden und jetzt wird es nämlich auch richtig schön bunt. Viel hilfreich. Ja, es ist ja keine richtige Farbe, von daher wird es, denke ich, auch Christian Essen bedenkenlos, sonst wird er wahrscheinlich jetzt schon Panik kriegen in den Augen bei dem Farbton. Theodor leistet einen Beitrag zur Verkehrssicherheit im Zelt. Was werden jetzt die Zebrastreifen werden? Ein bisschen. Jetzt heißt es wirklich voll durchziehen. Es ist immer noch zu kalt. Was macht Katharinas Tart? Da ist jetzt meine Schoko-Ei-Mischung draufgekommen und jetzt kommt das Ganze nochmal für 20 Minuten in den Ofen. 45 Minuten sind's noch. Ich mach's erstmal wie so einen klassischen Marmorkuchen, fülle ich die beiden Massen da ein und dann zwülle ich das einfach mit so einem, ja, Schaschlik-Spieß einmal durch. Genau. So, ich fang schon mal ein bisschen an hier. Kleine, feine Schmuckstückchen treten an gegen klassisch geschichtete Torten. Von einem Swirl-Effekt sieht man bei Monika noch nichts. Bei Theodor wird die Füllung ziemlich fest. Ja, es schelit schneller, als ich gedacht habe. Und dementsprechend muss ich jetzt gucken, dass ich das jetzt schon etwas besser verteile. Erikas wirkt in ihre Cheesecake-Masse Karamellsoße. Und Sandra backt noch eine Runde. Bei Katharina wird's spannend. Die Miso-Paste kommt jetzt in meine Karamellsoße. Salz-Karamell kennt jeder, ist ja nichts Neues mehr. Und Miso-Paste ist natürlich auch ein Spiel aus Salz und Säure und allem. Und das zu Karamell schmeckt einfach grandios. Nicht alle zeigen so viel Mut zum extravaganten Geschmack. Das ist eine Überraschung, eine Improvisation. Und das wäre ein Fransch unter dem Boden von meinem Kuchen. Ein Crunch mit Pistazien-Geschmack. Ah, da ist er, der Föhn. So, ich föhne jetzt meine Masse, weil meine Gelatine schneller bindet, als ich gedacht habe. Katharina benutzt Miso-Paste. Die besteht aus Sojabohnen, Salz und Reis oder Getreideanteilen. Erika besteht gerade aus Stress. Soll ich meine heisse Hand drauflegen? Ja. Einmal die heisse Hand drauflegen. Muss die doch funktionieren, oder? Ja, jetzt geht dann alles. Guck mal, das glänzt so schön. Wow. Geht er raus? Auch nicht leichter. Doch, er geht raus. Sauber, Handy. Toms zweiter Creme-Versuch. Die Creme sehen super aus. Allerdings müssen sie jetzt natürlich dann nach dem Schock-Paste auch noch stehen. Das ist jetzt die Zeit, die mir natürlich fehlt. Dafür wirkt Sandra recht zufrieden. Und Theodor? Ich zwöl gerade. Also ich mache diese Vermengung der Schichten. Passend zu ihrer Creme trägt Monika heute ein Stracciatella-T-Shirt. Doch was ist das? Vielleicht habe ich meine Erdbein vergessen. Für die Füllung, aber die ist ja schon im Kühlschrank. Ich packe die jetzt irgendwie noch mit drauf und grübel jetzt mal drüber nach. Hauptsache es zwillt. Ein bisschen wie im Tapferkurs. Katharina hat das schon erledigt und sich bereits einen Zwill-Schlachtplan zurechtgelegt. Er muss eben in die Zubereitungszeit passen. Wie sieht es denn aus? Also zeitlich. Die Farben strudeln so vor sich hin. Die Zeiger der Uhr bewegen sich. Ihr habt nur noch 30 Minuten. Nein, stundetreißig, oder? Naja, ich hätte gern mehr Zeit hinten raus noch ein bisschen eingeplant, aber die habe ich dann halt nicht. Reicht die Zeit noch für Improvisation? Ich habe jetzt die Erdbeeren auf die Creme gegeben und dann nochmal ein bisschen untergehoben. Also ich glaube, so viel ist jetzt tatsächlich gar nicht kaputt. Ich glaube, das passt. Exakte Millimeterarbeit ist nicht gerade Thomas' Leidenschaft. Erika kann es nicht detailliert genug sein. Ich habe jetzt hier ein Loch hinein gemacht, um meine Nektarinen-Kompott-Kugeln hineinzustecken. Und dann glasiere ich sie mit der Mirror Glaze. Ich habe hier Tortenrandfolie. Die schneide ich mir jetzt hier wie so ein Kamm ein. Klebe mir die hier am Brettchen fest, damit es schneller geht und ich nicht jeden Einzelnen machen muss. Schmiere dann die Kuvertüre drüber. Also streiche natürlich beim großen Backen. Das sieht auch wirklich nicht nach Schmieren aus. Alle geben sich die größte Mühe, die Jury zu begeistern. Ich hätte ja nie zu hoffen gewagt, dass ich in dieser Aufgabe was Modelliertes sehen werde. Nur für dich. Ach du Charmeur. Was wird es? Nein, sagen wir mal so. Was soll es denn werden? Sollte ein Zebra werden. Comic-Style. Comic-Style, ja. Okay, am besten ganz großen Kopf und vorne am besten zwei Schneidezähne, die man auch sieht. Also Mund. Ich gucke mal. Gute Idee. Bitte. Dankeschön. Jetzt nicht zittern. So, nein. Was für ein Schokoladespiralen-Krimi hier. Tatort Backzelt. Tatwaffe Messer. Was ist du, Arli? Ja oder nein? So lecker. Tipptopp. 20 Punkte. Dabei bleiben die Punkte der ersten Aufgabe bis zum Schluss der Show geheim. Und dann kommt das Schaschlikstäbchen und dann wird... Es wird. So. Fertig. Liebe Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, hier kommt die marmorharte Wahrheit. Ich flippe innerlich aus. Ihr habt nur noch 10 Minuten. Oh, so viel. Also es heißt jetzt nochmal schnell arbeiten. Die letzten 10 Minuten. Immer schön die Form waren. Noch sehen die Gebäcke gut aus. Aber die kleinste Unachtsamkeit und... Es passiert sowas. Fuck. Läuft richtig gut hier. Ah, da ist er. Himmel, die Berge. Wir haben schon Mäuse gefressen. Auch Tom hat Probleme. Es ist einfach nicht gekühlt. Scheiße. Ach Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich gewaltig. Bei Monika steht die Torte. Sogar mit Naked Cake Rand. Theodor hat ein Zebra versprochen und muss jetzt liefern. Erika sorgt für Glanz. Ich bereite jetzt hier die Glasur vor. Mit der swirl ich dann. Plan B ist, die Erdbeeren hier an der Seite drauf machen. Aber ich habe ja die Glasur. Eigentlich mag ich sie drüber gießen. Und ich wäre nicht Tom, wenn ich es nicht einfach versuchen würde. Drüber gießen ist ganz nach Thomas' Geschmack. Aber auch er kann noch was lernen. Was macht hier Erika heute? No, wow. Es ist eine Arbeit, hm? Ja, ich hatte die Idee einfach mal im Kopf. Und ich mache diese kleinen Törtchen öfters zu Hause. Die sind sehr beliebt bei uns. Und dann habe ich gedacht, diese Törtchen müssen unbedingt gemacht werden. Ihr Lieben, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihr habt noch zwei Minuten. Boah, ey. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich meine, die sehen es so oder so. Was soll ich machen? Ich kann es jetzt leider nicht mehr dran kleben. Für euren Wirbel bleiben nur noch wenige Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Stopp. Hände weg vom Gebäck. We just begun. Hallo, danke fürs Zusehen und fürs Mitfiebern. Ihr wollt einfach noch mehr vom großen Backen sehen. Ganze Folgen findet ihr auf Join aller Staffeln. Oder aber ihr schaut einfach weiter. Das könnt ihr dort tun. Lasst einfach ein Abo da. Ja. Also. Ja.